Wir haben halt... Nein, das wollte ich nicht. So, aufwischen. Es wird regnen. Trinken anscheinend wieder, solange die Luna mich belagert. Ja, falls ihr Spiele haben möchtet, etwas frischere, neuere Spiele, es gibt uns in der Videobeschreibung einen Link, beziehungsweise viele Links, und auch ein Konto, wo ihr was Geld überweisen könnt. Das kommt normalerweise eigentlich für Tierarztkosten zugute, aber je weniger Tierarztkosten ich selber übernehmen muss, desto mehr kann ich mir andere Sachen kaufen, wie Filmzubehör oder Spiele. Also, falls jemand Sims 4 zum Beispiel sehen möchte, würde natürlich auch gehen, also wenn ihr einen Überweisungstext hineinschreiben würdet, dass es eben für Sims oder für ihn ein Spiel ist, dann berücksichtige ich das natürlich zuerst. Möchte auch eure Wille erfüllen, aber wenn nichts dabei steht, nehme ich es normalerweise nur für Tierarzt. So. Ich will hier rumlaufen. Ich glaube, da war eine neue Person kennenlernen. Das ist unbedingt ein 일gemäßiges Mal, wenn du hier bist. Das ist das wunderschön. Oh, wir sind der Wahrscheinlichkeit. Wir sind der Wahrscheinlichkeit. Wir sind der Wahrscheinlichkeit von Priam. Wir sind der Wahrscheinlichkeit. Ah! Ah! Nathil! Wie ist das? Hervor! Hervor! Und das ist das Wunsch, Hervor! 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 Oh. So früh gefahren. Ne, nicht zu früh gefahren. Hervor! Kmentari, Hervor! 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 Blech! Hervor! Hervor! Habe sie! Also irgendwie klappt das mit der nicht so. Ah sie ist munter, Moment. Oh, Heidelbeere ist auch wach. Flogen, säubern, der Vogel waschen, ja. Die geht einfach. Die geht einfach. Flöckiger. Flöckiger. Wieso klappt das mit der nicht so? Wieso? 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 Er regelt das alleine. Das braucht Kreativität. Wieso? Wie kriege ich denn das? Malen. Nein, das ist Logik. Schach ist Logik. Was macht das? Spaß? Auch? Logik? Spaß? Kreativität. Kreativität. Wieso klappt das mit ihr nicht? Die Pharieder้ banc dis Hana. Acht? Sie haben nicht schön gesagt. Also zwei. Oh, ein! Ah, ah, ah. Je veux. So. Der muss jetzt wieder was anderes machen. Sie geht jetzt gleich nachher baden. Ach, toll. Und jetzt geht's weiter. Oh, ich feroge die Kauze. Nein, die Kauze sind jetzt auch noch was. Dom, ich bin nicht. Ich bin nicht. Aber ich bin nicht. 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 Das war's. Das war's. Ich weiß nicht, ob ich es ist. Was möchte sie eigentlich fangen? So, was brauchen wir noch? Auto kann ich nicht. Gerät zur Unterhaltung, Spielzeug kaufen. Und jetzt tun wir mal das Gerät zur Unterhaltung einspeichern und jetzt holen wir uns ein Teddy. Nicht zur Arbeit gehen. Das kann ich mir nicht leisten, wir haben noch keine Urlaubstage. Das geht nicht, da kann keiner mehr malen. Er wird zuerst fertig sein, ja. Oh, da stinkt schon alles. Wir haben schon den Herbst. Wieso haben wir zweimal Winter? Wieso? Der ist jetzt bei der Arbeit. Den haben wir gut gewaschen vorher, die sind ja momentan dran. Das sind die, die müsste jetzt abgeholt werden. Wieso? Ja. Ja. Die Ursache des Rauchs suchen. Ja. Okay. Was braucht er denn jetzt? Pferdchen gehen wir rollen. Tierfutter fressen. Kommando beibringen und fressen gehen und einsteigen. Und was muss er noch lernen? Rollen. Du bist jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Der Fäi bleibt eine Stunde weg. Oh, sie fährt gleich weg. Komm wieder zurück. Sie ist erschöpft, sie fährt jetzt zur Arbeit, er wird ja hoffentlich bald zurückkommen. Dann sind sie gut. Das ist jetzt Wie schaut es mit denen aus? Die sind einfach sauber, das ist gut Äh, Rechnungen bezahlen Kugelbad nehmen und dann Was braucht es jetzt Du brauchst nochmal Kreativität Was ist denn, du sollst schlafen gehen jetzt Ja, das habe ich schon die ganze Zeit gesagt Ob das sowas machen soll Die sind ja wieder in die Wohnung gemacht Der wird zuerst fertig sein Das ist ungefähr in einer Stunde Die ist aber eigentlich ziemlich gut drauf Komm mal nochmal bringen und rollen Aufstehen Zügiger Das wird knapp, oje Klar ist ab Oh, wo weiß er Oh, wo weiß er Oh, wo weiß er Da nehmen Nächste weglegen Aufräumen Müll rausbringen Lenni hat halt nicht frei Das finde ich super Das finde ich super Oh, der braucht Logik Wie kriegt er denn Logik In der man Schach spielt In der man Schach spielt In der man Schach spielt Ja, der hat jetzt Geld Ja, der hat jetzt Geld Und jetzt gehen wir mit den Reden üben Uh, du kannst du mit Punkt Uh, du kannst jetzt mal Punkt Oh, du kannst ja eigentlich mal Punkt Ah, du kannst ja jetzt mal Punkt Ah, du kannst ja jetzt mal Punkt Und du sollst damit aufhören. Okay, halt aber mal jemand raus. Das ist besetzt. Ja, es ist besetzt jetzt. Kann der jetzt eigentlich schon alle Kommandos? Braucht momentan keine. Cindy müsste lernen, sprechen. Säubern, Säubern, Loben für ein Tierbett legen, Kommando beibringen, Schlechtung.